Happy Halloween Leute, dieses Video läuft zwar nicht an Halloween und nur mal vorne weg, äh, nicht wundern, ich komm gerade aus der Dusche und ich, ähm, friere noch ein bisschen und ich hab mir gedacht, wir nehmen mal Five Night at Freddy's an. Fünf, ähm, Days until the Party. Hallo, wer sind Sie? Kann ich mich bewegen? What did he do this time? What did he do this time? He locked you in your room again. Don't be scared, I'm here with you. Oh, Entschuldigung. Hallo, was mache ich jetzt hier? Warum flennig? Kann ich hier hin? These are my fans. Okay, trich. Hallo, passiert hier jetzt noch was? Es ist zu. Oh. Ich, äh. Hallo? Tomorrow is another day. Äh. Night 1. Oh, scheiße. Okay, down and look behind you. Oh nein, das ist gar nichts für mich. So was hasse ich. Okay, äh. Ich hab keinen Bock. Ich lasse mal zu der Tür. Sollte nicht so nah am Bildschirm sitzen wahrscheinlich. Bitte kein Schamske. Bitte kein Schamske. Ich hör aber die ganze Zeit irgendwas. Ich hab einen Schamske. Ich hab einen Schamske. Ich hab einen Schamske. da war was oh mein gott sind immer so star wars geräusche so r2 d2 schritte ich geh mal links hin du hurensohn du da war ja der war da nie war da ich gehe dann war da was ich weiß nicht hier bitte nicht oh mein gott nun so ein bonnie da ist immer so ein scheiß foxy oder irgendwas hinter mir immer am bett hör auf die star wars geräusche also mein herz braucht schon war was ich gehe hier mal okay mein gott oh mein gott geschafft oh mein gott erst mal mal kratzen ich habe natürlich erhalten one night at freddy's oh mein gott ist doch wieder sind nicht so viel red aber four days until the party ich will nicht noch mehr you know he's hiding again these are my friends mit der gleiche text okay you won't stop until you find him oh es geht hier weiter oh mein gott foxy digger habe ich mich erschrocken gibt es jetzt mehrere räume nein oder oh mein was ich kann nichts drücken außer x so Oh mein Gott, du Hurensohn, warum bist du so ein? Ah, ah, ah! Ich dich doch! Trau dich, trau dich! Trau dich hier nicht, trau dich hier nicht! Ich mach einfach, die tauschen alle anderen, ne? Häh, hätte! Ich hab dich ja noch nicht gedacht! Ich hab mich einfach alle anderen! Hä? Hä? Oder nicht? Ja, ich lass dir einfach an! Nee, sonst hat's ja kein Spaß! Habt ihr wirklich, hallo! Ich schaff mal! Ah, jetzt wolltest du dich schon wieder bewegen, gell? Puh, und so. Too bad! Hä? Hä? Too bad? Warum? Habe ich was falsch gemacht? Oh nein. Ich glaube, bei diesem Ding, der gerade auf dem Stuhl saß, musste ich genau das Licht anmachen, wo er auf dem Kreuz stand. Und das hab ich falsch gemacht, wahrscheinlich. Ich weiß ja das! Das ist das auch irgendwie, dass ich das nicht verfl巴ist er nicht machen kann! Oh ja! Ich kann das jetzt nicht adres. Oh ja! Also, ich kann das jetzt sagen! Oh ja! Und das ist ja auch gar nicht ahn! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Das ist von rechts, glaube ich. Was war das? Soll ich da nochmal hin? Ist das Springtrap oder Foxy? Ich habe keine Ahnung, ich kenne den nicht. Nee, Springtrap war gelb, oder? Das ist niemand. Mein Gott. Da war Chick, Chicky, oder wie er heißt? Chico. Ich nehme mal da hin. Der macht mir Angst, weil der da so steht schon. 2 Uhr schon. Okay, ich habe Schritte gehört. Wo sind die, haben die Angst, ihr kleinen, ja. Jetzt trauen sie sich nochmal, die miesen Viecher haben Angst. Habt ihr Angst, ihr kleinen? Ja, jetzt trauen sie sich nochmal. Ja, du, was willst du, hä? Zieh, jetzt habe ich eine Taschendampe. Das ist euer Schwachpunkt, gell, eine Taschendampe. Einfach immer von Tür zu Tür laufen. Und dann immer hinter schauen. Hä? Ich höre, was? Okay, was höre ich? Jetzt mal ehrlich. Ja, du, wo was willst du, hä? Hat's ja gar nichts. Ich glaube, der im kleinen Schrank bewegt sich nicht, der bewegt sich nur einmal. Nur mal so. Meine Eltern schlafen. Ich habe keinen Bock, dass die wach werden, gell. Oh, D2. Und das geht von Anfang wieder instant los, gell. Hab ja Bock darauf, gell. Oh mein Gott. Ich so erschrocken. Ich glaube, meine Eltern schlafen nicht, aber mein Bruder schläft, mein Kleiner. Er wacht, wird ja erst wieder geschrei. Switzen. Ich höre schon Schritte. Ja, Switzen, hä? Chico, oder Chaka, oder wie er heißt. Swinjuks. Wieso bist du instant da? Instant? Oh. Okay. Ähm, wir sind, ähm, Titelbild angekommen. Ähm, ich habe keinen Bock mehr. Ihr könnt gerne, ähm, ja, ich halte einfach mal mal. Also, das war's mit meinem Video, ähm, war jetzt nicht so lang. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Ich bin bis nach zwei gekommen. Vielleicht kommt demnächst noch mal ein Video. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe mich sehr erschrocken. Ähm, mein Herz pocht immer noch. Und ich habe mich echt erschrocken. Also, Horrorspiele. Ich finde Horrorspiele geil, aber ich erschrecke mich jedes Mal. Also, ich würde sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht spielen wir das nochmal. Und dann, tschüssi.